Vom 22. bis zum 26. August hieß es mal wieder, Tore auf für die Spielebranche in Köln. Mehr als 350.000 Besucher kamen in diesem Jahr zur Gamescom, ein neuer Rekord. Die Kölner Spiele-Show ist damit die größte Messe im Bereich der IT und Unterhaltung in Europa. Seit 2009 findet sie auf dem Messegelände statt und zieht Jahr für Jahr hunderttausende Spielefans an. 919 Unternehmen präsentierten ihre neuesten Entwicklungen und füllten damit von Mittwoch bis Samstag ganze elf Hallen. Die Gamescom ist eine zentrale Plattform für die europäische Computer- und Videospielebranche. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass Besucher und Spieleentwickler aus 106 Ländern vertreten waren, wie Blizzard, Nintendo, Ubisoft, Sony oder EA, aber auch Unternehmen wie Samsung, Daimler oder auch Amazon. , diewonen QuadriKirche. Differenz! Differenz!